Wir haben Ostermontag, das heißt wir starten heute die dritte und damit letzte Auslosung des großen Ostergewinnspiels hier auf planetfirework.tv. Das Ganze gesponsert von pyrostation.de, ein wirklich toller Online-Shop für Pyrotechnik und Silvesterfeuerwerk. Schaut mal vorbei, es lohnt sich definitiv. Ja, eine kleine Info nochmal am Rande, ich hatte es bereits im letzten Video schon erwähnt, der Shop hatte ein paar technische Probleme und baut den Shop jetzt gerade wieder neu auf. Das heißt, habt ein bisschen Geduld mit ihm und schaut öfters mal rein, denn nach und nach wird er jetzt auch Angebote und die ganzen Neuheiten 2014 online stellen. Er kann euch auch somit in der Hinsicht gut bedienen. Ja, das nochmal jetzt am Rande vermerkt. An alle Teilnehmer, die jetzt kein Glück hatten bei dem gesamten Gewinnspiel, auch jetzt das Cut 1 Gewinnspiel, Leute seid nicht traurig. Es wird definitiv nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein, was ich hier veranstaltet habe. Das Jahr ist noch lang, ich habe viel geplant und ja, das heißt, bleibt am Ball, checkt fleißig den Kanal und ihr werdet sehen, es werden noch ein paar tolle Aktionen folgen. Ja, das wollte ich nur nochmal loswerden. So, jetzt genug geplappert, wir kommen jetzt zur dritten und letzten Auslosung des großen Oster-Gewinnspiels. Und der heutige Gewinner gewinnt dann das XXL Feuerwerk-Überraschungspaket von Puro Station. Und ja, dafür machen wir jetzt einfach mal einen Schnitt. Und wie ich bereits im letzten Video, sprich im zweiten Auslosungsvideo bekannt gegeben und auch erklärt hatte, hatten ja leider, leider, leider die meisten Teilnehmer die zweite Frage falsch beantwortet gehabt. Und für die, die es noch nicht wissen, diese fünf Mann, die hier aufgelistet sind, das sind die Glücklichen, die alle beiden Fragen richtig beantwortet hatten. Und somit jetzt auch an der letzten Auslosung am Ostermontag für das XXL Feuerwerk-Überraschungspaket von Puro Station.de teilnehmen können. Ihr fünf, ich drücke euch jetzt nochmal ganz feste die Daumen und wünsche euch viel, viel Glück jetzt für die letzte Auslosung. Drei, zwei, eins und wir haben gleich den Gewinner. Ibloody, herzlichen Glückwunsch, du bist der Gewinner des XXL Feuerwerk-Überraschungspakets von Puro Station.de. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich riesig für dich. Bitte melde dich sofort bei mir, damit wir alles weitere abklären können. Und ihr anderen, seid bitte nicht traurig. Wie gesagt, das ist nicht das letzte Gewinnspiel gewesen hier auf plantfiber.tv. Das Jahr ist noch lang, ich habe tolle Aktionen für euch geplant und freue mich auch, wenn ihr weiter am Ball bleibt und meinem Kanal treu bleibt. Wenn euch das Gewinnspiel im Allgemeinen gefallen hat, würde ich dazu gerne mal ein Feedback von euch hören. Schreibt mal ein paar Kommentare unter diesem Video und sagt mir, was ihr allgemein von dem Gewinnspiel, haltet oder gehalten habt und wie ihr das Design im Allgemeinen fandet, dann für das Design habe ich mir viel Arbeit gemacht und auch für das Konzept. Und den Sponsor zu finden, ist alles nicht einfach und ja, hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl einen schönen Ostermontag noch und eine angenehme Woche. Lasst euch nicht klauen, sage ich ja immer. Euer Planet Firework. Haut rein. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020